Microsoft Azure Cloud Architect, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. In der heutigen Folge geht es um eine Vorschau-Funktion, die bei Azure VMs zur Verfügung steht. Und diese Vorschau-Funktion, die heisst Tasks, also Aufgaben. Um was geht es? Ich verwende oft eine Maschine in Azure, und zwar eine virtuelle Maschine mit dem Kali-Linux-Betriebssystem für verschiedene Testzwecke. Ich möchte nicht, dass diese Maschine 7 mal 24 Stunden läuft. Nein, ich möchte, dass diese Maschine abends um 7 heruntergefahren wird und morgens um 7 wieder gestartet wird. Herunterfahren mittels Auto-Shutdown, das steht schon seit langem zur Verfügung. Aber das Hochfahren, das ist nicht immer ganz so einfach. Und wie Sie das mit einer Aufgabe lösen können, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Ich befinde mich im Azure Portal, und es geht um die virtuelle Maschine mit dem Namen Kali. Im Moment läuft diese virtuelle Maschine. Und wir navigieren direkt in die virtuelle Maschine hinein. Erhalten hier die Übersicht. Und dann navigiere ich nach unten, und zwar genauer gesagt zu Operations. Und hier habe ich den Auto-Shutdown eingerichtet. Diese Maschine wird immer abends um 7 heruntergefahren. Das kennen wir bereits, das gibt es schon seit langem. Das Starten einer virtuellen Maschine, das ist nicht immer ganz so einfach. Da kann man mit einem Automation-Account arbeiten, mit PowerShell-Skripten etc. Oder aber, es gibt eben eine Vorschau-Funktion. Sie sehen hier Preview. Unter Automation gibt es die Tasks. Und genau einen solchen Task will ich nun einrichten. Wir wählen aus Add Task. Und jetzt gibt es Vorlagen. Vorlagen, die wir auswählen können. Zum Beispiel die Maschine ausschalten. Naja, benötigen wir nicht. Dann möchten wir eine Zusammenfassung erhalten von den monatlichen Kosten. Nein, auch nicht. Start Virtual Machine. Genau um das geht es. Jetzt klicken wir auf diese Vorlage. Wir wählen hier Select aus. Und jetzt braucht es Verbindungen. Und Sie sehen, diese Verbindungen sind bei mir schon vorhanden. Wenn das bei Ihnen noch nicht der Fall ist, dann klicken Sie einfach dort, wo steht Connect auf Connect. Es braucht eine Verbindung zu Azure VM. Und es braucht eine Verbindung zu Office 365. Weil, da geht es dann noch um die Benachrichtigung. Das habe ich schon gemacht. Darum sind diese beiden Connector schon eingerichtet. Jetzt geht es weiter zu Configure. Und jetzt sehen Sie hier die Benachrichtigungsoption. Darum braucht es eben diesen Verbinder oder diesen Connector zu Office 365. Jetzt gebe ich hier einen Namen an. Zum Beispiel Start VM. Dann wählen wir aus, dass wir nicht mit einem Leerzeichen arbeiten dürfen. Sie sehen, wenn ich das Leerzeichen verwende, dann wird mir das Ganze hier angezeigt, dass das nicht erlaubt ist. Die Startzeit. Wann soll diese Maschine das erste Mal gestartet werden? Ich wähle jetzt hier das aktuelle Datum aus. Und zwar beispielsweise heute, den 10. oder noch besser. Ich möchte das ab morgen einrichten. Und dann die Uhrzeit. Wie schon erwähnt, morgens um 7. Die Zeitzone müssen wir auswählen. Also navigieren wir da durch. Zum Beispiel Europe Standard Time. Ich würde sagen, das passt soweit. Dann das Intervall. Ich möchte, dass diese Maschine einmal am Tag gestartet wird. Darum wähle ich hier Day aus. Also einmal am Tag, morgens um 7. Soll diese Maschine gestartet werden. Sie sehen, es gibt auch andere Häufigkeitsoptionen, die Sie auswählen können. Möchten Sie eine Benachrichtigung? Dann schalten Sie das Ganze ein und geben hier Ihre E-Mail-Adresse an. Das brauche ich jetzt nicht. Das ist soweit in Ordnung. Ich möchte an dieser Stelle noch darauf aufmerksam machen. Ich habe gezeigt, dass bei dieser Maschine der Auto Shutdown eingerichtet ist. Und jetzt richte ich den Start ein, dass die Maschine gestartet wird. Beim Auto Shutdown gibt es absolut keine Logik. Das bedeutet, es wird nicht berücksichtigt, ob beispielsweise noch jemand mit dem System verbunden ist. Diese Kali-Linux-Maschine dient mir für verschiedene Untersuchungen. Das heisst, ich verwende eine SSH-Session. Und wenn ich jetzt einmal vergessen sollte, diese SSH-Session abzubauen, dann wird das nicht berücksichtigt. Das heisst, diese Maschine wird einfach heruntergefahren mittels Auto Shutdown. Das muss an dieser Stelle noch betont werden. Jetzt haben wir hier die Start-Konfiguration gemacht. Sie sehen hier Start Virtual Machine. Ich bin mit dem soweit zufrieden. Eine Benachrichtigung brauche ich nicht. Jetzt wähle ich aus Review and Create. Jetzt wird das Ganze hier zusammengefasst angezeigt. Und jetzt sehen wir auch, was im Hintergrund verwendet wird. Eine Logic App. Und zwar vom Abrechnungstyp Consumption. Das bedeutet, immer dann, wenn diese Logic App ausgeführt wird, entstehen Kosten. Das sind nicht riesige Kosten, aber es generiert Kosten. Das darf man nicht vergessen. Allerdings muss ich sagen, die Kosten, die die Logic App generiert, sind wahrscheinlich bei weitem kleiner, als wenn diese Maschine ganz einfach durchlaufen würde, siebenmal 24 Stunden. Jetzt wähle ich aus Create. Und nun wird diese Logic App im Hintergrund erstellt. Jetzt haben wir hier eine Benachrichtigung erhalten. Und zwar hat das nicht funktioniert, weil die E-Mail-ID wurde nicht gepflegt. Das heisst also, wir haben jetzt hier die Situation, dass wir die E-Mail-Adresse angeben müssen. Ich gebe jetzt also ein Notify Me und dann gebe ich meine E-Mail-Adresse an. Das hätte jetzt beispielsweise schon das Portal mir mitteilen können, dass es sich hierbei beispielsweise um ein Pflichtfeld handelt. Aber diese Funktion ist noch in der Preview. Das wird sich sicherlich noch verbessern. Jetzt wählen wir aus Review and Create. Und jetzt wähle ich wieder Create aus. Und jetzt sollte die Bereitstellung funktionieren und funktioniert auch. Jetzt können wir die Runs anschauen. Allerdings gibt es ja noch keine Runs, weil diese Aufgabe noch nie ausgeführt wurde. Sie können das Ganze editieren. Entweder inline oder Sie können die Logic App öffnen. Und dann sehen Sie sofort den Logic Apps Designer. Und dann schlussendlich das, was eine Logic App ausmacht. Nämlich es braucht einen Trigger und dann braucht es Actions. Aber Sie brauchen da absolut keine Kenntnisse von Logic Apps. Nein, es reicht, wenn Sie das Ganze mittels dieser Vorlage einrichten können. Und jetzt haben wir folgende Situation. Heute wird diese Maschine abends um 7 heruntergefahren. Und morgen wird diese Maschine um 7 Uhr morgens wieder gestartet. Und das ist unter anderem das Ziel von dieser einzelnen Azure VM, dass sie während des Tages zur Verfügung steht, damit ich gewisse Untersuchungen machen kann. Und am Abend soll die Maschine wieder heruntergefahren werden. Auch schon. Die Maschine